Es ist Naruto 26.18, herzlich willkommen zu Dragon Ball Xenovas 2 Part 27 Ja, so sieht es besser aus wie mir Was ist das? Ja, so fällt mir jetzt immer noch nicht so, aber Was ist das? Das war's. Das war's. Na... Was ist das? Das ist ein Schiff von Saiyajin. Das ist ein Schiff von Saiyajin. Das war's. Das ist ein Schiff von Saiyajin. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich versuchte beim Spiel. So. Das war's. Ja, endlich. Jetzt sehe ich schon fast genau so aus wie den Ding. hier so jetzt die hose mit gucku dann hier das und dann hier und noch so wenn ich irgendwas anderes kriege was dann nämlich dann alles andere weil ich so geschätzt mindestens sieben stück dafür hier oben alle die wohlfragen ja weg zu dem teil wollte ich ja frage so wenn wir erst mal zu mr satan's haus definitiv aber das ist aber wenn ich dann meine kinder oder schwächt mir das ich brauche gar nichts ich brauche schon was davon was mich gar nicht schlecht was weder meine angriffe alles nicht schlecht dass das nette ding ist aber warte mal ich will da ist noch einsetzen okay ausdauer und grundangriff gibt okay da kann man nichts mehr kann weil das ist jetzt nur je 1 was runter geht in minus aber durch dass ich erhöhte aber trotzdem mehr sondern sondern geht alles hoch ja okay damit kann ich leben wenn es uns so ist gleich damit leben eine 50 treffer combo kombos aus also habe ich das jetzt auch schrecklich cool geil habe ich diesen kombo das ist schon hinter mir cool das ist gut aber schon zwei weitere dinge damit erledigt warum wir das können was sollen das sollen wir recht sein aber schon ist es noch ein bisschen was weniger zu machen damit so jetzt auf zunahme das ja aber es ist zerrissen aussieht auch durch jede kampf zerreißt es also ich glaube sie im drängen wollte ich dafür schütze das sammeln so jetzt schon wieder oh man ihr nervt mich gerade mit eurem namen verteidiger 1 es ist schon wieder von anfangen gut dann kann ich gucken ob ausdauer runtergegangen ist aber ich glaube auch nicht es nach nekseidien im 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 nachdenken dass das wap 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 Okay, start the feed-up. 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 Ich bin der Fall in die Hände. Der Fall ist das. Weg. Okay, ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. So! 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 Ich habe alles in Ordnung. Perfect. Wow! Ich habe noch einen Schwer, ich habe noch einen Schwer, ich habe noch einen Schwer. Ich habe noch einen Schwer. So ... ... und ... ... und ... So ... ... und ... und er hat die Stimme geflogen so man sagt das ist wieder lediglich. Du brauchst nur noch die Ding und dann passt's Okay Dann zurück Ja, Mann! Alter, das ist ein Schlafentherrückter Temporier Falsch nur um einen oder was? So viel ist cool Aber egal, wir haben es jetzt kurz noch geschafft, wenn es nicht so Dann um den Ladenbereich, so, es wird schön So, perfekt Äh... Ah, definitiv fertig geht's auf jeden Fall weiter Warte mal, wie sie stehen Ja, okay, definitiv fertig geht's alles weiter zusammen Und ja Dann haben wir den ganzen Mist dann leider fallen, jetzt diesmal wirklich Aber ich hab jetzt was gemacht, weil ich das jetzt wissen wollte Ob es dann auch gut gehört oder so, ne? Aber das scheint doch halt Aber... Hm... 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 Wißt du? Wir haben nämlich die nämlich hier Und... Nö Wow, Ockner kann man mehr, kann ich mehr holen Aber wüsste was? Ich hebe mir das mal auf, Ockner Schäden wir mal die ganzen Läger fest auf, weil es auch was ist, Ockner kann man mehr Wo kann ich das? Einmal so muss ich aber immer wieder zu kriegen, dann hier, deswegen mal da Lass mal das noch mal so Lass mal das noch mal so Aber wenigstens geil ist, dass wir es jetzt hier voll Das ist jetzt wenigstens die richtigen Stimmen für Goku auch mit hab alles Das passt Hm... Hm... Ja... So mit dem Ganzen Und... Und... Ah... Peter... Ehe... Stevens... die kohlen nicht ein Kumpel, 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 Trefftegefüllte, Diefe, meine Kapsel, Energie, Misch, Kapsel 5, S, meine ich, super. Na, nee, sonst muss ich mir echt mal gucken, was dann der, was die beste, sonst muss ich mir in den Ding nachgucken, was die beste Wirkung dafür ist. Warte mal, Ausdauer, Key, oh. Leute, wenn es das andere nichts hat und die anderen Werte bleiben und es geht nirgendwo was runter, nur gesünder geht um eins runter. Damit kann ich komplett leben. Wenn dann Key und Ausdauer hochgeht, damit kann ich, mit dem Teil kann ich gut leben, also mit dem Teil kann ich gut, also mit dem Teil kann ich auf jeden Fall sehr gut leben. Damit habe ich kein Problem. Also mit dem Teil habe ich echt kein Problem, damit kann ich sehr gut leben. Wenn nichts anderes runter geht, okay. So, damit kann ich sehr gut leben. Perfekt. Wenn das andere alles null ist und da nichts geht und das andere so bleibt, dann kann ich damit gut leben. Dann habe ich das Richtige für mich gefunden. Dann habe ich damit alles ausgefüllt. Perfekt. Dann lasse ich das jetzt drin, für die ganze Zeit. Dann habe ich jetzt nämlich das Richtige, was ich brauche. Dann kriege ich nochmal, dann kriege ich nochmal ein, dann kriege ich zu Ausdauern nochmal, da habe ich jetzt glaube ich, ja, habe ich jetzt sieben beiden damit. Ausdauer und Key und ich glaube, Ausdauer muss auch, ich glaube, die Ausdauer muss auch hochgehen. Nur Gesundheit geht runter. Aber Gesundheit ist ja nicht schlimm, Gesundheit kann ich auch so hoch leveln. Und ein Test nur um 1 runter geht die Gesundheit. Oh, ein Scheißding, das ist nicht, das ist unwichtig. Aber dass das andere hochgeht und das andere alles bei null bleibt, das heißt, bei null bleibt, heißt, dass es richtig bleibt. Heißt, das heißt, beim anderen heißt, das andere heißt ja null, das heißt, sie hat dann in dem Sinn, dass ich dann halt, ganz klar, dass das nicht auf null gesetzt wird, sondern dass da überhaupt nichts runter geht. Das heißt, da geht gar nichts runter, aber den bleibt, dass der Start nicht mehr ist. Und das kann mir recht sein, das kann mir recht sein, das kann mir recht sein, wenn da stattdessen bleibt, wie er ist, kann mir recht sein. Aber ja, das ist jetzt schon hier, bringt auch ein Parallel-Quest, kann man gleich mal nachgucken. Und dann möchte ich mir die Ahnung alles noch sammeln. So. Dann schaue ich mal, wie das andere ausschaut und Gesundheit kann ich auch so hoch powern. Und Gesundheit ist ja nicht schlimm, Gesundheit habe ich so viel, da wird so ein kleiner Pizza runter. Das ist nichts. Bitte euch. Was ist das schon? Das ist nichts. Kisama, moore ni tausare tai ka. Weißt du. Wenn wir dich Nail nehmen... Oh Gott, alter, das ist ja da nämlich gar nichts dran, alter. Dann hab ich jetzt echt hier... Wenn das jetzt so ist, dass da all das die Wette alles so bleiben, wie es ist, dann hat sich dafür mich auch nicht... Also, dass ich nichts anders in den anderen Leuten warst. Da siehst du, Sona hat es immer noch so geblieben, wie es ist, nun ein bisschen ist was runter. Und Ausdauer ist hochgegangen, und Kisama... 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne, der halbe, 7, das ist der halbe, der ist dort. Das ist nur so ein kleiner Fitzel, was man da gemerkt hat, dass runtergegangen ist, andere merkt man kaum, ich gucke dir normale Schläge, dann würde ich einfach mal die normalen Schläge ausprobieren und meine... naja, angehendem ist dann schon so, das ist 0. Oh ja, jetzt ist das nicht gut. Okay. Okay. Perfekt. Also ich habe jetzt mal meine Special damit ausge... Oh, ich probiere das in so einem... In anderen kann man gleich mal aus, wenn wir das haben. In der Ausdauer ändert sich auch nichts dran. Wie man merkt, an der Ausdauer ändert sich auch nichts dran. Okay. 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 Dann würde ich mal auf einmal. Hat die Würge nicht überschreitiert auch mal. Okay. was siehst du da bitteschön ob da ein bisschen was untergegangen ist was siehst du im scheiß siehst du du kennst gar nicht ob da wirklich was abgegangen ist da kann ich das anzulassen mal wenn dann das andere wenn dann die anderen wo es da runter geht auf null gesetzt wird das kann mir recht sein und wenn das andere hoch geht nur die zwei das kann mir recht sein weil wenn ich dann keine wenn dann aber mit meiner stärkung mit dem anderen alles so bleibt dies ist dann war ich das gut und gerne weil es kann mir recht sein weil ich habe keine probleme mit ich hatte echt keine probleme mit ja 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 Ich habe mich so gut gemacht, das war mir mal so gut gemacht. Ich bin nicht durch die Schrauchstäbe. Ich hab das Gegenteil. Ich bin noch nicht sicher, was ich nicht verstanden ist. Ich habe das nicht geschehen. Ich habe das nicht geklärt. Ich hab nichts überlegt. So. Genial. Na, nante Jaro da. Saiyajin no Kabeo assali to koete agarru. So warum kriegt nicht hier? Oh leutz, das ist ja immer. Oh leutz, das ist ja immer. Oh leutz, das ist ja immer. Warte mal. So. Ob ich die kleine Kasse noch gerade? Kann ich die gleich noch mal noch? Jetzt muss ich die gleich nämlich nachholen. Wie ich halt... Was ist die kleine Kasse? Ich kann halt auch trudeln. Also, ich hab da kein Problem mit drauf an. Definitiv, ich hab damit kein Problem. Wir müssen super weit. Ich hab auf jeden Fall kein richtiges Problem damit. Mir kann das Rest haben, wenn es nicht...